Hallo zusammen, wir suchen Sie. Genau Sie. Wir suchen engagierte Kandidatinnen und Kandidaten für unseren Behindertenbeirat. Wenn Sie sich für Inklusion in Augsburg einbringen und engagieren möchten, kandidieren Sie für den Behindertenbeirat. Inklusion bedeutet, dass kein Mensch ausgeschlossen, ausgegrenzt oder an den Rand gedrängt werden darf. Wir freuen uns, wenn Sie sich mit uns dafür einsetzen, dass Menschen mit Behinderung in Augsburg mitten im Leben stehen. Aufstellen lassen können sich Menschen mit Handicap, die volljährig sind und ihren Hauptbundsitz in Augsburg haben. Wir vertreten die Bürgerinnen und Bürger mit Behinderung und setzen uns für ein selbstbestimmtes und barrierefreies Leben in Augsburg ein. Sie möchten sich im Behindertenbeirat der Stadt Augsburg engagieren und Ihre Ideen und Erfahrungen einbringen? Dann bewerben Sie sich jetzt. Bitte reichen Sie Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 31. Mai 2021 bei der Geschäftsstelle des Behindertenbeirats Augsburg ein. Nähere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.augsburg.de-behindertenbeirat oder unter der Telefonnummer 324 43 30. Wir freuen uns auf Sie!